Maximilian Mittelstädt wechselt zum VfB Stuttgart und das ist ein durchaus überraschender Transfer, mit dem sicherlich die wenigsten gerechnet haben, vor allem die Stuttgart-Fans. Und ob dieser Deal überhaupt Sinn macht und ob Mittelstädt überhaupt für eine Stammplatzposition in Frage kommt, das besprechen wir alles in diesem Video. Gleich mal die Frage vorweg, was haltet ihr von diesem Deal? Schreibt mal gleich eure erste Reaktion zum Mittelstädt beim VfB in die Kommentare rein. Und falls euch meine Videos gefallen, gerne eine Bewertung dann lasst, gerne den Kanal abonnieren, würde mich sehr freuen. Und ich diskutiere natürlich in den Kommentaren auch gerne mit. An einem Tag, wo Jude Bellingham und Lionel Messi ihre Transfers fixiert haben, nämlich zu Real Madrid und Inter Miami, gab es trotzdem einen überraschten Transfer in der Bundesliga, nämlich Maximilian Mittelstädt wechselt zum VfB Stuttgart und das hat einige Leute überrascht. Also kommen wir mal zum Deal. Maximilian Mittelstädt wechselt von seinem Heimatklub, Jugendklub Hertha BSC zum VfB Stuttgart und bleibt damit auch in der Bundesliga, weil Hertha BSC ja abgestiegen ist und unterschreibt bei den Schwaben einen Vertrag bis 2026. Stuttgart zahlt eine Ablösesumme von laut dem Kicker um die 500.000 Euro, was beim Markt von 2 Millionen Euro natürlich deutlich weniger ist. Das liegt aber auch daran, weil Mittelstädt natürlich auch abgestiegen ist mit Hertha und Spieler, die absteigen, sind meistens auch immer etwas günstiger zu haben. Kommen wir zum Spieler Maximilian Mittelstädt. Für die Leute, die ihn noch nicht kennen, aber für die Bundesliga-Kenner ist er sicher schon ein Begriff, denn er ist ja bei Hertha schon recht lange unterwegs, ist wie schon vorerwähnt sein Jugendverein. Er ist 26 Jahre alt, er ist in Berlin geboren, er ist 1,80 groß und linker Verteidiger und spielt seit 2015 in der Profimannschaft von Hertha BSC. Mittelstädt ist wirklich ein grundsolider linker Verteidiger. Niemand, der jetzt auffällt, der offensiv jetzt irgendwie großartige Akzente setzt, der einfach sein Spiel macht. Das ist zumindest mein Eindruck von Mittelstädt. Als Hertha-Fan, wenn jemand jetzt das Video schaut, kann er gerne auch seinen Input dazu geben, aber so kam Mittelstädt immer wieder vor. Jemand, der seinen Job macht, aber jemand, der jetzt auch nicht wirklich dir dieses extra Gefühl gibt, da jetzt nach vorne geht noch was. Also ein grundsolider linker Verteidiger und deswegen auch für Stuttgart jetzt ein interessanter Deal, den sie da gemacht haben. Was sich viele VfB-Fans jetzt natürlich fragen, ist er der Ersatz für Borna Sosa, der natürlich immer wieder mit Wechselgerüchten konfrontiert wird, weil er natürlich einfach ein sehr begabter linker Außenverteidiger ist, der natürlich tolle Flanken auch bringen kann. Es ist natürlich jetzt hier die Frage, wie wurde Mittelstädt als Backup geholt für Sosa oder als neuen linken Verteidiger für Stuttgart? Ich erkläre gleich mal, warum die beiden sich überhaupt nicht ähneln als Spielertyp, denn Mittelstädt und Sosa sind einfach in ihrer Grundart und Weise zu spielen ganz unterschiedlich. Sosa ist der linke Verteidiger, der nach vorne geht, der wirklich den Weg in die gegnerische Hälfte sucht und dadurch versucht Flanken zu bringen, während Mittelstädt eher ein solider linker Verteidiger ist, der mehr auf Zweinkämpfe aus ist und auf seiner Position bleibt. Er hat ja auch bei der Hertha in einer Viererkette gespielt, während Sosa bei der Stuttgart auf dem linken Außenverteidiger in einer Fünferkette gespielt hat. Das zeigen natürlich auch die Statistiken von FB Ref, wo Sosa Mittelstädt in jeder Kategorie übertrifft, die offensive Akzente zeigt und das gilt natürlich für das Flanken, das gilt für Vorstöße, das gilt natürlich auch für Raumgewinn mit Pässen und Mittelstädt ist wirklich eher der links Verteidiger, den du haben möchtest, wenn du defensiver spielst, wenn du kompakter stehen willst, niemand der jetzt wie zum Beispiel Platten hat bei Hertha, der nach vorne geht und Flanken bringt. Deswegen ist er nicht der Sosa Ersatz, er kann kein Sosa Ersatz sein, sofern man nicht das System umstellt. Im besten Fall ist es der neue Backup für Sosa, den man bringen kann für defensivere Grundordnung, aber ansonsten müsste Sebastian Hoeneß bei Stuttgart das System umstellen, damit Mittelstädt als Stammspieler auch wirklich funktioniert. Mittelstädt hat bei der Hertha in der vergangenen Saison 17 Spiele gemacht und war mit Plattenhard immer so abwechselnd linker Verteidiger und ja, klar, die Hertha ist abgestiegen, hat eine schwache Saison gespielt und das galt auch für die meisten Spieler. Deswegen konnte Mittelstädt das auch wirklich nicht überzeugen in dieser Saison. Ich denke trotzdem, dass er ein solider Bundesliga-linker Verteidiger sein kann an seinem Tag und dass bei der Hertha aufgrund der aktuellen Gemütslage des Vereins auch irgendwie auf alle Spieler herunterkam, auch natürlich Trainerwechsel mit Sandro Schwarz. Ich denke mal, wenn man ihn einsetzt und auf seiner Position als Linksverteidiger, dass er bei der Stuttgart einen sehr guten Job machen kann, aber er wird jetzt auch keine Bäume ausreißen oder irgendwie dir jetzt einen neuen Impuls geben, ich denke, da ist Sosa auf jeden Fall noch über Mittelstädt zu stellen, zumindest auch als Spieler und als jemand, der auch ins Spielsystem vom VfB passt. Das Fazit ist grundsätzlich eher positiv als negativ, aber ich würde auch sagen, dass man abwarten muss, wie eben die Situation mit Bonas Sosa jetzt noch vorangeht. Ansonsten bekommt man für 500.000 Euro einen soliden Bundesliga-Linksverteidiger, den man gut als Backup integrieren kann bei Stuttgart und definitiv auch gut für die Katertiefe ist. Aber wenn er als Stammspieler geplant ist auf der linken Außenposition, finde ich das eher ein Mismatch und nicht unbedingt gut eingekauft, aber das wird erst die Zeit zeigen, wie Mittelstadt sich dann auch anpassen wird in das System von Sebastian Hoeneß. Was haltet ihr von diesem Deal? Vor allem als Stuttgart-Fans, seid ihr begeistert oder doch eher überrascht und eher negativ beeindruckt? Gerne mal eure Meinung in Kommentare schreiben, würde mich sehr interessieren. Ich diskutiere auch wie immer gerne mit und falls es dir gefallen hat, gerne Beweiterung hinterlassen, gerne Kanal abonnieren, würde mich sehr freuen und wir sehen uns beim nächsten Video. Bleibt sportlich und ciao!